Hey Leute, willkommen zur weiteren Folge auf meinem Kanal Leute und zwar gibt es mal heute wieder ein weiteres Video für euch und zwar gibt es mal einen neuen Glitch beziehungsweise einen neuen Trick wie man die Sense und den Sense Sound in Fortnite Battle Royale gratis bekommen kann Leute und falls ihr wissen wollt wie man diese Sense gratis ingame bekommen kann oder wie ihr das bekommen könnt schaut euch das Video komplett an Leute und ja, bevor das Video startet wollte ich einfach nochmal sagen, dass ich ein bisschen verkühlt bin also falls ihr irgendwas nicht verstehen könnt fragt euch auf jeden Fall dann in den Kommentaren nach aber sonst entschuldige ich mich auf jeden Fall dafür und ja, sonst würde ich mal sagen falls es dir dir gefällt, lasst euch auf jeden Fall ein Like in der Postleitung und ein Abo dann vergesst nochmal nicht die Glocke zu aktivieren und das Video mit einem neuen Freund und Verwandten zu teilen Leute und sonst wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video Let's go! Ich untertrete mich mal heute über dieses ganze Tricksthema wie man eben Spitzhacken und Skins und andere Sachen im Fortnite Battle Royale gratis bekommen kann und wie ihr eben schon im Prä- und im Titel erfahren habt geht es mal heute um die Sense wirklich eine Spitzhacke die sehr sehr viele haben wollen auch ich und wir ja eben jetzt in diesem Video erfahren werden wie ihr eben diese Spitzhacken gerade bekommen könnt und ja, bevor wir aber mit dem ganzen eigentlichen Video anfangen wollte ich einfach nochmal drei wichtige Fragen beantworten oder halt jetzt generell schon im Video beantworten bevor die dann in den Kommentaren gestellt werden auf jeden Fall erstens können andere Leute, können andere Teammates oder Gegner diese Sense dann im Game sehen Leute falls es jemand sich das fragt auf jeden Fall, nein, nur ihr werdet eben diese Sense sehen können weil ihr ja nur auf euren PC etwas ändert es wird nicht Daten, wird nicht übertragen auf die Datenbank oder generell was ihr eben schon gekauft habt sondern es ist wirklich nur auf eurer Seite ihr ändert Texturen und das bleibt auf eurer Seite das ist Self-Side-Code nennt man das auch und das bleibt auf eurer Seite wie schon gesagt kann kein anderer Teammate oder kein anderer Gegner diese Sense sehen erstmal zu dieser Frage Leute zur zweiten Frage und zwar fragen mich auch viele oder fragen generell viele unter solchen Videos ob man das auch auf PS4 oder Xbox machen kann Leute auf jeden Fall, man kann das leider noch nicht auf Xbox oder PS4 machen da man auf der Xbox bzw. auf der PS4 nicht wirklich viel Zugriff auf so welche ganzen Spieldateien hat deshalb wird das da nicht gehen und zur dritten Frage die auch wirklich sehr sehr wichtig ist ob man durch eben dieses Coding Self-Side-Coding oder durch dieses Ändern von Texturen gebannt werden kann und hier lautet mal die Antwort Ja Leute, ihr könnt dadurch gebannt werden weil Epic Games dann keinen Geldverlust haben möchte durch solche Glitches bzw. welche Texturen ändern, Vorgänge usw. Leute ganz logisch zu erklären Leute aber am Ende des Videos werde ich nochmal erzählen wie ihr vor solchen Epic Games Bandwellen euch schützen könnt weil ihr solltet nicht sagen ja ich will jetzt nicht gebannt werden ich probiere das nicht aus sondern ich werde euch zeigen wie ihr eben eure prozentuale Chance verminder könnt dass ihr eben gebannt werdet es gibt immer Leute die gebannt werden aber eben ich zeige euch wie man fast oder fast nicht detected werden kann durch Epic Games das werde ich aber am Ende des Videos nochmal erklären also falls ihr das wissen wollt schaut euch das Video ganz an und ja, dann würde ich mal sagen kommen wir eigentlich zum eigentlichen Video und zwar was wir brauchen um eben die Sense zu bekommen ist ganz easy und zwar brauchen wir diese Ballonhacke die Ballonhacke ist aus Season 5 also aus der zeitigen Season das heißt falls ihr die noch nicht habt könnt ihr euch noch den Battle Pass gönnen eben diese Hacke braucht ihr eben um die Sense draus zu bekommen wir sehen hier eine blaue Hacke merkt euch diese Ausstellung beziehungsweise dass wir die blaue Hacke hier haben weil diese wird dann ingame nach dem Prozess geändert und ihr werdet dann sehen dass diese blaue Ballonhacke oder diese Ballonhacke nicht mehr bei mir im Inventar sein wird auf jeden Fall haben wir die ganz normale Ballonhacke wie schon gesagt Sound ist gleich und so weiter auf jeden Fall braucht ihr eben diese Hacke sonst wird es nicht gehen falls ihr diese Hacke nicht habt dann müsst ihr euch leider ein anderes Video suchen zu anderen Spitzhacken kann ich zwei noch nicht sagen auf jeden Fall würde ich sagen falls ihr eben diese Ballonhacke habt können wir eigentlich mal abbrechen drücken und können euch mal Fortnite schließen Leute und ja Leute wir sind auf jeden Fall jetzt beim Bildschirm angelangt dort wo wir das alles voll führen werden auf jeden Fall sehen wir hier meinen normalen Bildschirm und was ihr jetzt noch braucht um eben diese Installation voll zu führen oder um ja eben dieses die Sense ingame zu bekommen und zwar braucht ihr ein Programm das Programm werdet ihr in der Videobeschreibung finden beziehungsweise den Link zu diesem Programm das Programm oder den Download Link wird es in zwei unterschiedliche Varianten geben einmal bei Mega kennen vielleicht einer von euch und einmal bei Mediafire ich werde das jetzt nicht irgendwie mit ganz viel Werbung zuballern weil es nicht meine Art ist auf jeden Fall habt ihr zwei Download Links ihr könnt euch entscheiden ob ihr jetzt bei Mediafire downloadet oder bei Mega ist sie gleich oder ist fast das gleiche zwei unterschiedliche Plattformen wenn einer von euch lieber Mediafire nimmt dann könnt ihr hier Mediafire nehmen und falls einer von euch lieber Mega nimmt dann könnt ihr hier Mega nehmen falls ihr das gedownloadet habt sollte ganz easy werden dann bekommt ihr eben diese Datei dieses Scythe Mod auf eurem Computer ganz wichtig ist falls ihr irgendwelche Antiviren-Schutzprogramme irgendwas melden ignoriert das oder schaltet sie einfach aus weil eben wir eben dieses Programm hier braucht um das alles zu vollenden auf jeden Fall bevor wir aber nochmal mit diesen ganzen mit ganzen Schritten beginnen wie ihr dann die Sense bekommt ganz wichtig dass ihr auch bei euren Virenschutzprogrammen den Echtzeitschutz ausmacht wie man das macht ist ganz easy ich erkläre das mal ganz kurz mit Avira da ich Avira habe und das ganz leicht hier erklären kann auf jeden Fall öffnet ihr Avira falls ihr Avira habt dann kann ich euch das euch ein bisschen zeigen und zwar geht ihr einfach auf Antivirus und geht hier auf Echtzeitschutz und die ja wie deaktiviert den meistens kommt dann so eine Meldung genauso wie hier sorry Leute kommt auf jeden Fall eine Meldung die müsst ihr natürlich akzeptieren sonst wird dieser Echtzeitschutz nicht deaktiviert es gibt auch noch andere möglichkeiten wie man diesen deaktivieren kann und zwar drückt auf dieses rechte Pfeilchen unten rechts bei eurem Netzwerk und dann geht ihr auf dieses Windows wie nennt man das keine Ahnung Leute auf jeden Fall dieses Fenster hier dieses Windows Defender Security Center und könnt ihr dann auf Viren und Bedrohung Bedrohungsschutz gehen und da könnt ihr dann meistens falls ihr kein wirkliches Antiviruschutz Programm habt auch den Echtzeitschutz hier abschalten Leute aber wie schon gesagt ich habe Antivirus beziehungsweise Avira und kann das hier eben durch das Programm ja deaktivieren wie schon gesagt das müsst ihr deaktiviert haben nicht weil ich irgendeine Vira auf eurem PC installieren möchte sondern weil das Programm sonst nicht funktionieren wird das müsst ihr deaktiviert haben ihr könnt mir auf jeden Fall ganz ganz ehrlich vertrauen ich möchte nicht auf eurem Computer irgendwelche Antiviren installieren die eurem PC zerstören ich möchte einfach euch helfen die Sense ingame zu bekommen wenn ihr das gemacht habt wenn ihr eben diesen Echtzeitschutz egal wo und wie ausgeschaltet habt dann könnt ihr das auch mal kurz schließen oder euren Antivirus Programm schließen und dann können wir erstmal mit den ganzen Installationsschritten beginnen was ihr jetzt öffnen müsst ist easy den Explorer Explorer kennt jeder hier Explorer einfach dieses Menü Dateimenü hier und dann gehen wir runter zu dieser PC zu lokaler Datenträger oder wo ihr auch Fortnite installiert habt gehen hier auf lokale Datenträger gehen hier auf Programme ganz wichtige Programme Epic Games Fortnite Fortnite Game Content und Packs falls ihr jetzt nicht so schnell mitgekommen seid dann könnt ihr gerne mal das Video pausieren beziehungsweise zurückspulen oder einfach hier diesen Datenweg diesen ja Weig Dateienweg wie man das auch nennt Folgen wie schon sagt lokale Datenträger Programme Epic Games Fortnite Fortnite Game Content Packs falls ihr hier seid falls ihr hier ganz viele Dateien habt seid ihr auf jeden Fall schon mal richtig das muss euch nicht beunruhigen das ist einfach nur von mir falls ihr das nichts habt dann seid ihr nicht beunruhigt auf jeden Fall falls ihr eben diesen Ordner Packs gefunden habt dann können wir eigentlich schon beginnen was ihr jetzt noch macht öffnet eben dieses Cyphe Mod die ihr euch installiert habt zieht es euch einfach vom Download Ordner hier auf den Desktop und dann öffnet es mit Winra oder im anderen Raum ich glaube es ist mit Winra das wir es natürlich installiert haben und dann haben wir eben hier zwei Dateien im Ordner wir splitten es kurz auf einen Screen da haben wir erstmal diese Excel Datei die wir dann gleich mal später verwenden werden und ein Readme Text da steht die Kontaktdaten oder halt die Daten von Twitter von diesem Developer drin also von FNBR Leaks das ist dieser Developer von diesem Programm könnt ihr auch gerne mal folgen werde ich auch in der Beschreibung verlinken auf jeden Fall habt ihr eben dieses Programm Readme Text könnt ihr jetzt einfach löschen oder einfach so lassen auf jeden Fall ziehen wir jetzt dieses Programm in diesen Ordner in diesen Packs Ordner falls sie jetzt eben falls es nicht funktionieren sollte müsst ihr eben schauen habt ihr vielleicht noch andere VR-Programme auf eurem PC installiert weil manchmal funktioniert das nicht dann können wir einfach diese Winrad Datei wieder schließen diesen Scythe Mode Winrad Datei und dann können wir das wieder ein bisschen vergrößern um das ein bisschen anschaulicher zu machen und dann haben wir eben diesen Ordner mit dieser Excel Datei was ihr jetzt noch machen müsst ist ganz easy macht einfach einen Doppelklick auf diese Datei blab und dann blabbt hier so ein kleines schwarzes Fenster auf hier steht auch nochmal Fortnet Balloon Exit to Scythe also zur Sense Developed oder Dev by FNB oder X wie schon gesagt werde ich unten nochmal in der Videobeschreibung verlinken falls ihr auch bei dem mal vorbeischauen wollt und zwar haben wir jetzt wieder zwei Auswählmöglichkeiten und zwar haben wir einmal Convert Balloon Exit to Scythe das heißt wir wollen oder wollt ihr diese Balloon Exit die ich auch euch Ingame vorher gezeigt habe zu einer Sense konverten also tauschen und die zweite Möglichkeit ist dann macht das alles wieder rückblickend das heißt macht die Sense wieder zu Balloon Exit das sind zwei Möglichkeiten ist auf jeden Fall mehr krass dass er das auch so eingebracht hat dass man das auch wieder zurück machen kann also wenn einer von euch sagt ja ich möchte es nur auch kurz austesten ob man das auch wirklich funktioniert oder wie man oder wenn ich ich will die Sense nur kurz austesten wie sich das anfühlt und wie die Sounds so sind und das dann wieder später zurück machen oder zurück machen möchte kann man einfach dieses Programm wieder öffnen also hier reinziehen und dann einfach zwei drücken dann Enter drücken und dann kann sich das alles wieder erneuern dann habt ihr wieder die Balloon Ex im Spinn als die Sense Leute auf jeden Fall wir wollen aber jetzt die Sense installieren also die Sense durch diese Balloon Ex tauschen Leute was sie jetzt noch macht steht hier ihr drückt einfach die 1 1 drücken dann Enter und voila wir haben alles erledigt hier steht noch ganz viele Zahlen und Dateien die alles geändert werden das macht das Programm alles selber dann steht hier noch dann und develop bei bla 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 eben diesem Entwickler und dann habt ihr alles schon gemacht ihr müsst nicht mehr machen ihr müsst keine Zahlen ändern oder irgendwelche Programme installieren um alles zu machen das wird einfach durch dieses Programm geregelt was auf jeden Fall mega krass ist und was auch extrem 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 schnell geht Leute ihr müsst einfach nur das Programm schließen ihr könnt diese Datei entweder rauslöschen oder drin behalten ist euch überlassen falls ihr das eben wieder zurück machen möchtet braucht eben diese Datei wieder aus dem Grund dass es einfach mal clean aussehen soll auf jeden Fall falls ihr den rausgelöscht habt oder drinnen gelassen habt ist mir egal können die diesen Packs Ordner wieder schließen ihr müsst hier drin nichts mehr machen wie schon gesagt ist auf jeden Fall mega krass mega schnell und dann können wir schon mal Fortnite starten Leute und ja Leute wir sind jetzt in Fortnite angekommen wir haben jetzt einfach Fortnite geöffnet wie ihr schon hier seht ist der gleiche Account es wird nichts hier geändert und wir gehen jetzt mal kurz zum Spind und was wir hier sehen wir haben die Sense Leute wir haben einfach die Sense bekommen wie ihr hier schon seht wir haben die ganz normale Balloon X nicht mehr ihr könnt uns gerne durchschauen wir haben die Balloon X nicht mehr die war hier circa die haben wir eben jetzt durch diese Sense getauscht wir können uns hier die Sense auch anschauen und so weiter und wir haben natürlich auch den Sound Leute wie ich versprochen der Sound wird durch dieses Programm natürlich auch getauscht wir können es gut mal abspielen lassen das ist eben der Sound von der Sense original treu natürlich den wir hier getauscht haben auf jeden Fall die Sense können jetzt eben spielen wie schon gesagt andere Leute können das nicht sehen andere Leute werden auch immer eure Balloon X sehen aber ihr werdet eben diese Sense gehen und um eben euch zu beweisen dass es auch ingame funktioniert würde ich mal sagen gehen wir ganz normal kurz in eine Raubzucker Duo Runde schön ganz solo und ich werde euch zeigen dass auch diese Sense ingame funktioniert Leute und dann werden wir sehen dass wirklich die Sense wirklich ingame zu 100% funktioniert und dass es auch kein Scam oder sowas ist das ist alles hier treu ist und dass ich euch nicht verarsche wir werden ganz kurz hier unten landen egal wo wir landen ist jetzt glaube ich auch relativ wurscht wir springen hier ganz mal kurz runter und dann werden wir sehen dass es auch wirklich ingame in einer Runde funktioniert und das ist auch wie schon gesagt kein Scam ist wir landen ganz kurz mal hier sollt alles fresh gehen und ja Leute falls ihr noch sehen wollt und falls ihr noch mal ein Video machen soll wie ihr Skins ingame verändern wollt oder falls ihr noch mal sehen wollt wie man zum Beispiel andere Spitzakt aus Season 1 oder sowas verändern könnt dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare bzw. lasst auf jeden Fall ein Like auf das Video dann weiß ich auf jeden Fall dass ich noch mal zu diesen anderen Themen ein Video machen es soll auf jeden Fall wie schon gesagt wir sehen jetzt die Sense ingame bis in der normalen Runde und wir haben die Sense noch immer drinnen hier ist auf jeden Fall ein Gegner wir können hier ganz normal den Baum abbauen das ist noch ganz normale Sense und Sound wir haben hier nichts verändert wir haben die ganz normale Sense in der Hand und ja und ja Leute bevor das Video einmal nicht wollte ich nochmal erklären wie ihr eben diese Bannwellen von Epic Games umgehen könnt Leute wie schon gesagt gibt es ja immer wieder Bannwellen und wie am Anfang schon erzählt kann man ja diese Bannwellen in einer Art umgehen und zwar ist es ganz easy was ihr dazu machen müsst ist relativ leicht und zwar schließen wir ganz normal kurz vor um euch das kurz zu zeigen und zwar haben wir hier Epic Games das ist der ganz normale Epic Games Launcher wir sehen ja auch meinen Namen und so weiter auf jeden Fall jetzt erzähle ich euch oder zeige ich euch wie ihr eben diese Bannwellen von Fortnite sehr sehr leicht umgehen könnt auf jeden Fall wie schon gesagt gibt es immer wieder Bannwellen und Epic Games bann halt immer bei den neuen Updates das heißt sie hauen immer Bannwellen raus wenn das neue Update released wird und jetzt gibt es eine Taktik also einen Trick wie man eben diese Bannwellen oder das umgehen kann das Fortnite-Dich-Bann und zwar jedes Mal wenn ein Update kommt jeden Dienstag also auch wieder morgen weil das Video nehme ich gerade am Montag auf morgen wird es wieder ein kleines ein kleines Update geben eben ein neues Update einen neuen Patch auf jeden Fall was ihr macht bevor ihr diesen Patch installiert damit dann aktualisieren oder Update stehen egal auf welcher Sprache ihr es habt bevor ihr dieses Update installiert drückt sie hier auf dieses Zahnräte drückt auf Verifizieren und dann wird die geänderte Datei durch eine neue geändert oder neu installiert könnte man sagen so verhindert ihr dass Epic Games bemerkt dass ihr eine veränderte modifizierte Datei habt wenn ihr das nicht macht kann es sein dass ihr gebannt werdet das müsst ihr wirklich merken ihr euch merken jedes Mal wenn ein Update kommt drückt ihr davor bevor ihr es installiert Verifizieren die Datei wird geändert das mache ich jetzt nicht weil sonst müsste ich nochmal 4 GB runterladen die Datei wird geändert also die wird neu installiert das dauert wie schon gesagt 4 GB natürlich die Leute die jetzt eine langsame Leitung haben wie ich jetzt sagen wird es ein bisschen länger dauern auf jeden Fall ihr müsst dann wieder 4 GB runterladen das ändert wie schon gesagt die modifizierte Datei die wir gerade mit diesem Programm geändert haben zu einer ganz normalen dann könnt ihr auf jeden Fall dieses Update machen Vortrag bemerkt nicht dass ihr eben diese Datei verändert habt und ganz easy bekommt ihr keinen Ball das ist der Trick in der ganzen Sache ich würde euch einfach das nur empfehlen wie schon gesagt ich mache das jetzt schon seit zwei Wochen und ich wurde noch nicht gebannt Epic Games hat wahrscheinlich noch nicht mal irgendwas gemerkt was ich hier mache also seid ihr auf jeden Fall auf der Hut und macht das immer und ja Leute ich würde mal sagen das war es eigentlich schon mit dem Video ich hoffe dass ihr das mit der Sensor geschafft habt falls ihr noch Fragen zu diesem ganzen Thema habt falls ihr wollt dass ich noch weitere Videos zu welche Skin Changing Sachen macht schreibt mir das gerne in die Kommentare lasst euch noch ein Like bei diesem Video da würde ich mich sehr sehr freuen und sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag teilt das Video auch nochmal gerne mit euren Freunden und Verwandten dass die das auch wissen wie das geht falls ihr auch mal eine Sense spielen wollten und ja sonst wie schon gesagt wünsche ich euch noch einen schönen Tag haut rein tschönen Video Bye